Und damit willkommen zurück zu Let's Play... Let's Play... Let's Play Chroma Squad! Wir haben das letzte Mal Staffel 2 abgeschlossen und... Ja, das hier müssen wir jetzt neu machen. Ich war eigentlich ziemlich zufrieden mit dem, was... Moment. Wir hatten... Was hatten wir jetzt letztes? Das hier... Nee. Das hier hatten wir, meine ich. Was haben wir jetzt? Das hier ist im Prinzip... Das hier nur besser... Und zwar für drei Folgen. Wie lange hält denn das? Was ist das hier? Okay. So, wir haben jetzt jede Menge Geld bekommen. Dann können wir mal schauen, was wir machen können. Ähm, Crafting. Also ich glaube, unser Blauer Ranger könnte eine bessere Waffe brauchen. Was brauche ich dafür? Eins davon und zwei davon. Wenn, 39? Was hat denn... Moment, was hat denn... Oh, Moment. Da ist der Blauer Ranger. Skills. Der hat... Ja, der hat das Multishot. Teleport? Naja. Ähm, die Waffe. Ja, okay. Alles klar. So, was haben wir noch an Waffen auf unseren Schauspielern? Schwert, Schwert. Die haben gar nichts. Die brauchen auf jeden Fall was. Geht ja nicht, dass die nichts haben. Soviel habe ich, glaube ich, nicht an Zeug, ne? Als ob ich so wenig Knete habe. Was können wir denn kaufen? Nein, das wollte ich nicht. Wow. Aber das ist nicht so gut. Das kann nur der pinke Ranger benutzen, ne? Ja, komm. Dann holen wir schon mal das für die beiden. Das scheint mir sinnvoll. Das ist Crafting-Raid. Was macht das? Okay, dann. 9.000. Drei Team-Aprobatiken. Wesentliche vier Feinde mit dem roten Ranger. ціhärr vor Info, das war Schäuert. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Den vier. Dieørs helt seitens. dann. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wie viel brauche ich? 500 Ich muss sie auf jeden Fall beschützen, das heißt... So, wird er jetzt wiederbelebt davon? Ja, nice. Tut, 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 tut. Reichweite ist immer noch drei Felder. Was ist das? Ah, okay. Das ist auch nice. Und wie kalt komme ich? Ich komme bis da. Das ist zwar zu weit weg, ne? Außer... Ja, aber das hier kann ich machen. Das ist auch... Der macht mal eine Team-Akrobatik hier. Heilen können sie sich sowieso nicht mehr. Mann, wie viel macht das? Mach mal deinen Heal Duken auf. Warte, das kannst du gar nicht. Musst du näher ran. So. Hä, wieso geht das mit dem Team-Akrobatik nicht weiter? Ja. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Pass auf, ich probiere mal Ach, jetzt kommt auf einmal die Sequenz Beim letzten Nicht-Boss-Monster war nämlich keine Sequenz Wieso zählt das nicht als Team-Akrobatik? Ist das eine Team-Akrobatik? Ne, irgendwie nicht, hä? Ja, das zählt So weit, so gut So weit, so weit So weit, so weit So weit, so weit Siege Boss-Monster mit Lead Okay Den Heiler müssen wir auf jeden Fall erledigen Pass auf, ich hab ne Idee Wie weit kannst du gehen Du kannst bist da Team-Arbeit So, den einen Healer Wie sieht's mit dem anderen aus? An den kommen wir nicht ran, ne? Außer doch, wenn wir ein Get-Over hier machen War's das, alle anderen sind weg, ne? Na, er kann sich nicht bewegen Pass auf, mach's den Heal-Duken Aber es entfernt keine Status-Effekte, wie es aussieht Aber das hat es immerhin noch hinbekommen So, und die beiden übrigen Ne, äh, hä? Doch, sind drei Wollte ich schon sagen Und die beiden übrigen Jetzt rennt der weg Aber lauf ruhig Ist nicht schlimm Kannst du das? Pass auf, pass auf Pass auf, ich weiß, wie ich's mache Dafür musst du aber näher ran Kreis der Freundschaft Haha, komm! Hahahaha! Sie hat das Megaschwert. Na, das lohnt sich gerade nicht. Wir können kein Get Over hier machen. Du kannst nicht so weit, aber er kann trotzdem dich werfen. Oder? Ach, so weit kommst du gar nicht. Ja, so weit kommst du gar nicht. Pass auf, ja, das klappt. Kannst du? Ja, du kannst da hin. Okay. 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 Okay.